hallo und herzlich willkommen hier ist der pink panther und ja wir zocken mal wieder ein wunderschönes spiel und ich habe gäste mal zeit ja kevin 90 auch hier hey der neid am start und der putti ist da mensch richtig heiliges kanin rietchen ich habe dein name irgendwie und das erste was mir meine gedanken gekommen ist dein lachen also das ist einfach so unverkennbar einfach genial deswegen dachte ich auch ich darf jetzt einmal meine begrüßung raushauen weil alles wieder so abgehakt komm nee los jetzt raus damit soll ich ja ja volle kanne der querulant wieder Achtung wow 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 meine freunde und was geht ab hier ist eure drecksau elzu dem izu dem elzu dem bbb bandit das ist einfach so gut hat denn noch einer so was schönes aufs lager ich sage immer nur so ein hallo und willkommen zurück zum nächsten part hallo und herzlich willkommen hier ist der pink panther tra tra trü tra tra habt ihr eben gehört also natürlich bei so einer begrüßung wie von putine dann ist das ja schon wieder wir müssen uns was einfallen lassen so na gut wir wollen ja jetzt uns die mavericks mal anschauen von daher wählen wir sie genau habt ihr denn auch schon eine vorstellung der macht welche klasse ihr nehmen wollt also ich würde den medic spielen ich würde den ähm ja wie nennt sich die hier diese ähm wie nennt sich die hier äh gott wieso sehe ich das jetzt gerade nicht hier diese krallen tust du da weiss nicht shadow walker ja genau shadow walker einfach shadow schatten night nacht keine ahnung ja ja der puti würde gerne den punisher nehmen punisher so dann bleibt noch die linke seite übrig ich hab schon gesagt ich nehm ja wipper ja mit dem ah wipper okay das letzte mal defender schon hatte nehm ich den jetzt mal äh sentinel sentinel hm ach du meine güte süß ja ich werde ihr dann auch gleich dementsprechend ein paar wunderschöne haare verpassen ach ich darf schon wählen okay die sind so blass immer das ist so die müssen wir in die sonne warte mal hier ich gib mir eine brille da kann man richtig viel auswählen ne ach so das waren augen was hast du denn gemacht ach egal also bei uns äh aus meiner heimat der hieß es äh bei frauen augen waren da was anderes als du weißt was ich damit ausdrücken möchte quatsch nein das wissen wir nicht kleidung warum kann man die kleidungsfarbe nicht bestimmen ja du hast ja eh nicht die kleidung an die da grad angezeigt wird äh später mal später mal ja irgendwann wenn du dann so äh keine ahnung am ende des spiels bist so vom level her dann hast du mal die rüstung bei mir gibt es sogar das item non ha also keine bekleidung nur jetzt der name non ja ähm ich nenne mich genie ha nightmare area passt ja nicht der letzte buchstabe ist zu viel für die so frisur habe ich haarfarbe lasse ich auch so wie es ist kleidung bikini dessous ich versuch's mal mit bimchen 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 bist du zufrieden mit bimchen ja summ summ was ist schon vergeben schade wie nenn ich mich denn ich hab mich mal beauty cutie genannt mit einem Charakter weil mir das besser als eingefallen ist aber das kann ich jetzt nicht mehr machen dann nenn ich sie summ summ wenn bimchen schon nicht geht ich dann brumm brumm vielleicht glaubt das ist er ist auch vergeben schade 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 ich hab ne idee ich weiß wie ich se ich verrate es aber nicht mein erster name ja fällt was ein aber ich hab's geschafft ha ich sag's auch nicht er hat ein paar sachen aber die kommen wohl Bist du zufrieden mit ... Punkt, Punkt, Punkt? Ich hab auch einen Namen. Ich bin dieser Shadow-Walker. Also ich könnte schon auf Start, ne? Wir können also schon reingehen ins Spiel? Ich bin schon drin, ja. Was soll das werden? Wir laufen jetzt schon die Tränen voll lachen. Du sagst nur die Tränen sind, du. So, dann gucken wir mal. So, warum geht das hier nicht? Ach da, schließen. So, ich bin drin. Hallo Schätzchen, ich bin Ariel, bla bla bla. So, schließen erstmal. Wie heißt ihr denn? Ich heiß Miss Universe. Ah, okay, dann lad ich dich mal ein. Bleib mal stehen. Oh, Holle. Wo bist du? Ach da, Genie. Hi, seh dich. Hi. Ah, ich seh's grad schon. Frau Holle? Oh, Mann. Ich äh' dich mal kurz, Genie. Hast du grad ne Freundesanfrage bekommen? Tine die Biene. Wer ist denn die Frau Holle? Ah ja, Tine die Biene. Kann, ich kann, ah jetzt. Mutter begrüßt dich in ihrer Welt, Tine die Biene. Wo hat man auch mal seine Freundesliste? Weiß das jemand von euch? Rechts unten. Mal gucken. Wir haben auch direkt zum Inventar so ein paar Emotes, die wir aktivieren können. Wo seid ihr denn bitte? Wir stehen hier oben. Also ich steh hier bei Genie rum. Guck mal rechts unten, da habt ihr denn wie so ne kleine Map? Ja, wir sind ganz oben. Ganz oben. Ganz oben, im mittleren Raum. Hör mal bitte. Hör mal, muss ich glauben. Kann man irgendwie das Interface mal klein erstellen? Bei mir verdeckt das den ganzen Bildschirm fast. Ist ja echt extrem. Was muss ich denn jetzt hier machen, du? Wie heißt du denn? Ich? Ja, die Biene, also. Ja, dann nimm doch mal die Einladung an. Ich hab dich schon eingeladen. Ja, wo denn? Wo sieh ich das denn, du? Oben, äh, link. Ne, unten, über deinem Skillbalken müsste so was blaues auf so zwei Hände. Ja, ja, genau. Einfach draufklicken und annehmen. Dann lass ich mal den Rest abholen, hier, los. Ja. Ja, Moment. Bleibt mal bitte da oben, weil ich lauf jetzt grad zu euch. Da müssen ja zwei Hände. Ja, ich bin bei Genie hier, die zu groß gewachsen sind. Also den komischen Chat, den kann man wegmachen. Ja, genau. Wie mach ich dieses Ding hier in der Mitte weg? Auf den Pfeil. Also bei deinem Chat ist es nur auf den Pfeil. Ja, den mach ich einfach so. Kann man halt ganz schmal ziehen. Ihr könnt rechts unten, ähm, da ist so ein gelber Pfeil. Ja. Da einfach draufklicken, da ist eure Leiste da unten schon mal weg. Ah ja, ich seh's grad, super. Und dann mach ich den Chat auch, hab den Chat jetzt auch mal weggemacht, den braucht nämlich kein Mensch. Ich hab's hingekriegt. Geil. Und ich mach auch mal die Quest-Sache, die verschiebe ich mir irgendwo anders hin. Aber wenn das mal gehen würde. Quatsch. Nahaufnahme von Frau Holle. Ach, ich laufe. Meine ersten Schritte, das gibt's doch gar nicht. Ha! Ich kann laufen, ein Wunder ist geschehen. Ja, ich hab jetzt einfach mal so, ich bin ja Konsolenspieler, ich hab jetzt einfach mal auf W gedrückt und ihr habt sich bewegt. Ja, ja. W-A-S-D und mit der rechten Austasse tust du den, ähm, Blickwinkel ändern. Genau. Ah, okay. So, ähm, schaut ihr bitte, wenn ihr auf die Map guckt halt, ne, dann, ich komme jetzt von rechts. Rechts? Okay. Weil dieses, dieses, das muss man sich einfach anschauen, wenn ich dann sozusagen auf mich zulaufe. Also wo treffen wir uns nochmal? Jetzt komme ich direkt auf euch zugelaufen, zu diesem Fragezeichen, da müssen wir hin. Wenn ihr oben seid, in dem Quadranten. Ja, Jens, da ist mal hoch. Genie, äh ne, hattest du meine Freundesanfrage bekommen, weißt du das? Da ist Genie. Hä, wo krieg ich die denn? Unter Social, da kannst du das sehen, Genie. Warte, warte, warte. So, jetzt, wer ist denn bitte? Tine, die Biene. Das ist Pudi. Hier, hier ist Tine, die Biene. Ja, guck mal, ich stehe jetzt hinter dir. Das ist ein Universum, wo du bist. Dreh dich doch mal um. Ich, äh, der Wein. Dreh dich doch mal um. Dreh dich doch mal um. Pudinchen. Heilige Scheiße. Oh, Mann. Ist schon süß, ne? Das ist total geil. Ich add euch mal alle. Ich hab jetzt schon mal hier, Pudi, dich hab ich schon mal geadet. Jetzt, äh, Panther dich add ich auch mal. Ich bin jetzt in der Mitte angekommen. Unter, ihr könnt, unten rechts unter Social, könnt ihr das glaub ich dann annehmen. Wie heißt du denn, Kevin? Ich hab jetzt nicht ein, ey. Juhu. Okay, Kevin, wo bist du denn? Ich bin jetzt in der Mitte, ich bin jetzt auf dem Weg da oben. Wie heißen du? Äh, Frau Holle. Ach, du bist Frau Holle. Konnte noch aus. So, wir warten mal hier. Wie lange die läuft. Ja, kannst du die Kameraperspektive mal nach vorne machen. Ja, also mit dem Mausrad könnt ihr ranzoomen und, äh... Mit R könnt ihr übrigens sagen, dass die gerade ausläuft, dann könnt ihr die mit rechten, dann müsst ihr selbst nicht mehr W drücken, sondern könnt einfach rechte Maustasse dann... Dann läuft die von alleine, ist praktisch. Muss man nicht mehr die ganze Zeit W drücken. Die, weil ich mach grad gar nichts aus, wenn meine rechte Maustaste drücken. Aber, pass mal auf, pass mal auf. Putti? Ja? Ähm, drück mal S. Ja? Ja? Und dann musst du mit der rechten Maustaste dich so drehen. Ja? 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 Nee, das Spiel ist dafür da, dass man das macht, ganz ehrlich. Wer es nicht macht... Ihr seid so Freunde, ey. Ja, das Spiel wurde dafür entwickelt, einfach. Ey, ich hab grade festgestellt, dass sich von hinten das Dranzoomen lohnt und dann kommt ihr mir mit sowas, ey. Mann, wo ist denn Frau Holle? Die kommt mal wieder zu spät. Wo ist denn jetzt? Nimm dir mal den Quest an. Na. So, ich bin jetzt am Weg. Die sieht auch super aus, das Satis Hologramm. Da komm ich doch. Gar nicht irgendwie, naja, ne? Warte, ich komm wieder, warte, warte, warte. Da, ah, hier. Also, dass selbst ein Hologramm so aussieht, ne? Wie? Ja, das Hologramm, ich find das hat... Ah, hier. ... ist sehr ansprechend. Ah, 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 wie so läuft die jetzt da hin? Ach, die, ach so. Oh, Frau Holle, du warst aber im Urlaub, oder? Oder warst du so braun? Ja, natürlich. Wir müssen noch was anmerken. Wir müssen noch was anmerken. Sie, es war doch Frau Holle, siehst du, ich... Ich muss noch was anmerken. Für jeden, der die Maussteuerung total gerne mag und auch das vielleicht von League of Legends oder so gewöhnt ist, man kann auch mit der linken Maustaste seinen Charakter bewegen. Ja, das geht auch. Ja, in League of Legends steuert man den aber mit der rechten Maustaste. Äh, ja, richtig. Und greift mit der linken an. Aber man... So, ähm, wenn ihr jetzt mal bitte rechts oben hinschaut, dort steht dann Arcana-Basis und dort sind dann die ganzen Quests. Ja. Ihr braucht auch nicht wirklich persönlich irgendwo hinlaufen, sondern wenn ihr dann einfach jetzt auf diese Vera klickt, dann seht ihr, dass euer Charakter da automatisch hinläuft. Richtig. Ich bin dann mal unterwegs. Warte, warte, wo habt ihr denn hier eine Vera gesehen? Ja, du hast noch den Quest. Ja, du hast noch den Quest. Den Quest annehmen. Die ist auch sehr freundlich und sehr gut anzusehen, also... Okay, okay. Also Miss Universe läuft schon dahin, ich bin auch schon unterwegs. Ja, Miss Universe. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich hüpfe mal hier rum, vielleicht seht ihr mich denn? Warte, ich höre mal ab. Ah, komm Putinchen, komm mit. Also ich habe eine Gegrüßttochter, was beschäftigt dich? Sind die jetzt alle von uns da oben schon? Also ich bin... Ich bin schon hier oben. Also ich geh schon zum Rüst. Ey, mit wem soll ich mitlaufen? Ey, ich lauf mit dir. Wo wissen du? Wo bist du? Frau Holle, ne? Also ich weiß ja eh schon, was das alles hier ist. So, jetzt habe ich meine erste Waffe. Jetzt kann man theoretisch schon so... Ey! Da hab ich dich. Kannst du da mit mir laufen? Wo soll ich denn jetzt hin? Holle. Folgt mir mal. Okay. Wer bist du? Ich? Ja. Ich bin Miss Universe. Kann das manchmal sein, dass ihr genau auf dem anderen, dass ihr rechts oben seid? Ich sehe nur, Frau Holle. Ja, es gibt ja vier verschiedene Punkte. Ihr müsst mal auf die Karte gucken. Wenn ihr die Quest habt, dann könnt ihr ja oben links, oben rechts, unten rechts, unten links. Könnt ihr überall hingehen. Und ich bin jetzt oben rechts. Da bin ich. Ich stehe hier. Alles klar, weil das automatische Rennen hat mich nur oben links. Achso. Ja, ich bin jetzt hier bei Panther. Und ich habe auch schon so ein Ding verkloppt. Das muss man ja machen. Ich habe ständig so kleine Einbrüche hier. Das nervt. Okay. Läuft die erstmal. Kann ich mal doch zoomen. Doch! Jetzt läuft das. Das Interface. Das kann man ja gar nicht trennen. Ihr habt da auch die Möglichkeit, mit zwei und drei habt ihr nochmal so extra Skills. Hm. Ja, das ist halt ein Sinn. Ja. Übungsgelände. Sieht doch schon mal gut aus. Hitze. Also ist sie da. Ja. Ihr braucht eben nur eine zu verkloppen. Da hinten seid ihr. Ja, da hinten sind wir. Oien. Jungs. Wieso Jungs? Jungs? Wollte auch gerade sagen, ne? Also, ich bitte dich. Ja, hallo. Ist noch nichts zu übersehen, dass wir hier an... graziöse Frauen sind. Ja, hallo. Ja, hallo. Naja. Ich glaub, das war noch der Japaner. Also in dem Spiel entdeckt man seine Männlichkeit immer wieder neu. Ja, hallo. Definitiv. Ja, hallo. Jetzt haben wir's. Hör mal eine Puppe. So, ich geb die Quests mal ab. Also ich find ja, wer kleidet sich freiwillig so. Also, die entdeckt mal wieder keine Hobbys. So, jetzt müssen wir zur Laura laufen. Wo krieg ich denn ne Waffe her, Leute? Ihr habt schon ne Waffe, ihr denkt ja. Die sieht man nicht. Die sieht man nicht. Also ich seh sie zumindest. Ich hab halt so Krallen. Die fahren sich erst aus, wenn... Also meine Krallen fahren sich erst aus, wenn... Ich halt nen Gegner angreife. Bei mir steht aber, ich muss mir ne Waffe kaufen. Jaja, du musst jetzt zur Rüstmeisterin. Und die gibt dir dann eine, wenn du die Quest, äh... Wenn das... Dann gehst du zu deiner Übungspuppe. Vermöbelst die. Dann gehst du zurück und kriegst so Handschuhe. Also ich krieg zumindest Handschuhe. Ich glaub ich hab auch welche bekommen, oder? Dann erklärt mir das mal. Ich hab ne Schwerte gekriegt, aber Zwieschlangen hab ich mit der Peitsche. Du kannst das einfach durchschalten. Du musst halt immer auf, ähm... Dieses Spiel, ey. Auf... Wie... Als wenn du auf Start gehst. Ich hab auf die draufgeklickt. Jetzt steht die hier in groß vor mir, klatscht in die Hände und sagt, ich versorge die Arcaden. Hast du die Quest? Was steht denn bei dir unten unter der Hauptquest eigentlich? Was ist denn der... Quest? Rechts oben hast du so ein Fenster, ne? Da steht doch Haupt. So in rot. Was steht denn da jetzt? Da steht Übungsgelände. Unter der Karte, oder was meint ihr? Nein. Du hast normalerweise, wenn du den Quest, oder wenn du äh allgemein Quest reinnimmst, steht dann halt rechts so ein Fenster, wo halt oben Haupt in rot draufsteht. Dann drunter Ticket abstempeln zum Beispiel. Jetzt hab ich das... Ich hab das gecheckt. Das war das Ausrufezeichen hier. Jetzt hab ich ne Quest offen. Und unten über dem Skillbalken siehst du halt manchmal so was Blaues. Das musst du auch annehmen. Das darf... Damit wird dann deine Quest fortgeführt. Genau. Das hab ich gerade gemacht. Das fehlte nämlich die ganze Zeit. Das Ausrufezeichen leuchtete hier. Ich bin schon mal bei der Laura gewesen. Mh mh. 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 Mh.